Darf man standesamtlich heiraten, wenn man keinen deutschen Pass hat und die Standesbeamten aus diesem Grund einen Antrag auf Befreiung des Ehefähigkeitszeugnisses stellt beim Richter? Also generell, man darf inshallah standesamtlich heiraten, aber nicht im Sinne von, dass man zum Beispiel dies nur schriftlich macht, obwohl man gar nicht heiraten möchte.